Dieses zu erwerbende 14 Zimmer Mehrfamilienhaus liegt im Kreis Altenkirchen, Westerwald. Das im Jahr 1970 erbaute Gebäude wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Es hat acht Schlafzimmer, vier Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1000 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 350 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 225.000 Euro zum Verkauf. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.